Bevor Russland seine groß angelegte Invasion in die Ukraine startete, waren viele Länder, einschließlich der Ukraine selbst, skeptisch, dass ein großer Krieg nach Europa zurückkehren könnte. Mehr als zwei Jahre später hat ein weiterer einst unvorstellbarer Wandel begonnen, die militärische Wehrpflicht. Einige europäische Länder haben den obligatorischen Militärdienst wieder eingeführt oder ausgeweitet, angesichts der wachsenden Bedrohung durch Moskau. Dies ist Teil einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Verteidigung, die wahrscheinlich noch weitergehen werden. Die Risiken eines größeren Krieges in Europa sind gestiegen, seit der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine begonnen hat, um sein Ziel zu verfolgen, das sowjetische Imperium wiederherzustellen, sagte General Wesley Clark, der als oberster Befehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa gedient hat. Wir haben jetzt einen Krieg in Europa, den wir nie gedacht hätten, dass wir ihn sehen würden, sagte Clark, der die NATO-Streitkräfte während des Kosovo-Krieges führte. Es ist unklar, ob dies ein neuer, kalter Krieg oder ein heißer Krieg im Gange ist, fuhr er fort, aber es ist eine sehr starke Warnung an die NATO, dass sie ihre Verteidigung wieder aufbauen muss. Diese Bemühungen beinhalten auch die Wehrpflicht, so Clark. Eine Reihe europäischer Länder hat nach dem Ende des Kalten Krieges die Wehrpflicht abgeschafft, aber einige Länder, insbesondere in Skandinavien und dem Baltikum, haben sie in den letzten Jahren wieder eingeführt, hauptsächlich aufgrund der russischen Bedrohung. Die Vermeidung des Wehrdienstes kann in einigen Ländern zu Geldstrafen oder sogar Gefängnis führen. Lettland ist das jüngste Land, das die Wehrpflicht wieder eingeführt hat. Der obligatorische Militärdienst wurde am 1. Januar dieses Jahres wieder eingeführt, nachdem er 2006 abgeschafft worden war. Alle Männer werden innerhalb von zwölf Monaten nach Erreichen des 18. Lebensjahres oder nach Abschluss der Schulausbildung für diejenigen, die noch im Bildungssystem sind, einberufen.